Du hast ja einen recht ansehnlichen Bart, hat für dich Lesen und Schreiben auch einen langen Bart. Lesen und Schreiben ist ganz, 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 ganz wichtig. Was hast du denn zuletzt gelesen? Das muss ja nicht immer ein Buch sein. Eine Bild-Zeitung. Wenn du für die nächste Rechtschreibreform zuständig wärst, was würde sich ändern? Dann würde ich die ganze Zeit nur groß schreiben und auch klein schreiben und den ganzen Tag Fahrrad fahren. Warum setzt sich ein Party-Rapper wie MCVT eigentlich für das Lesen und Schreiben ein? Lesen und Schreiben ist das Allerwichtigste auf der Welt, genauso wie eine Ausbildung. Vervollständiger den Satz mit einem Reim. Besser lesen. Besser. Besser lesen und mit dem Auto dran halt kann man auf der Autobahn pesen. Vervollständiger den Satz mit einem Reim. Besser schreiben. Besser. Besser kochen und Spaghetti aufreiben und in Tomatensauce schneiden. Das war's hier mit MCVT und seiner Tour-Gang. Immer schön lesen und schreiben lernen, sonst kommt am Ende nur Scheiße raus, ey. Besser. 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 Besser.